Ich bin der Hitchcock der Präsentation. Als ich vor rund 30 Jahren gebeten wurde, unmittelbar nach meinem eigenen Abschluss des Studiums selbst Vorlesungen zu geben, stand ich vor einer Herausforderung. Mir war sehr bewusst, dass viele Studenten, kaum ist die Unterschriftenliste rumgegangen, den Saal verlassen. Noch dazu war meine Vorlesung nicht klausurrelevant. Ich habe mich also hingesetzt und habe verglichen, was macht die einen Dozenten und ihre Vorlesung besonders beliebt und warum sprechen andere Dozenten vor leeren Sälen. Ich habe also den Unterschied herausgearbeitet für mich und meine Vorlesungen blieben gefüllt bis zum letzten Augenblick. Damals hatte ich allerdings noch keine Idee, dass ich selbst mal Präsentationsseminare gebe. Erst rund zehn Jahre später, also vor rund 20 Jahren, habe ich dann mich selbst zum Trainer ausbilden lassen, habe begonnen Vorträge und Coachings zu machen, den Master European Business Trainer gemacht, bin BDVT-zertifiziert, NLP Master und all diese Dinge und nach einiger Zeit habe ich dann mich entschieden, das zu machen, was ich selbst am besten kann und was ich auch anderen sehr gut beibringen kann, nämlich präsentieren. Seitdem bin ich spezialisiert auf Präsentationstraining und damit zusammenhängend alles, was mit Lampenfieber und Körpersprache zu tun hat. Eines meiner Bücher hat sich dann auch mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich es so spannend wie möglich machen, denn auf dem deutschsprachigen Markt gibt es ungefähr eineinhalbtausend Bücher zum Thema Präsentation. Aber es gibt nur eines, das sich damit beschäftigt, wie kann man es spannender machen. Und als ich mich mit dem Thema spannende Präsentationen beschäftigt habe und geschaut habe, wie macht man es denn in der Literatur, wie macht man es im Kino und all diese Dinge, bin ich ganz schnell auf Sir Alfred Hitchcock gestoßen. Und obwohl seine Filme mittlerweile über 60 Jahre alt sind, zumindest die besten und bekanntesten, wie zum Beispiel Psycho, Die Vögel, bei Anruf Mord, Nord by Nordwest und andere. Wenn man sich diese Filme anschaut, er konnte damals noch nicht mit Special Effects arbeiten, das war alles noch relativ einfach und all das, all seine Techniken wie Suspense, Surprise, Tension oder die Dramaturgie seiner Stücke sind alle wunderbar übertragbar auf Präsentationen. Und zwar auch auf seriöse Business-Präsentationen, wo es darum geht, die Teilnehmer zu fesseln, dass sie zuhören und sie letztendlich auch zu überzeugen. Und darauf baut meine Marke auf, mich hat dann mal jemand genannt, der Du bist ja der Hitchcock der Präsentation, da dachte ich, Mensch, das ist doch eine klasse Marke, das macht mir Spaß, auch wenn meine Figur vielleicht nicht in diese Richtung geht und hoffentlich auch nie gehen wird, ist Hitchcock doch für mich ein Vorbild, weil er es eben wirklich immer geschafft hat, es sehr spannend zu machen. Aber es ist nicht nur eine leere Hülse. Ich fülle diese Marke der Hitchcock der Präsentation auch mit Leben, denn in meinen Seminaren geht es wirklich immer darum, wie kann man lebendig und spannend präsentieren, sodass sich der Präsentierende selbst wohlfühlt, dass es ihm gut geht, deswegen auch so Themen wie Lampenfieber und Körpersprache. Dass aber auch das Publikum die Begeisterung des Präsentierenden spürt, dass er spannend in der nonverbalen Kommunikation ist und in diesen Techniken wie eben Suspense, Surprise, Tension oder einer Dramaturgie, die so aufgebaut ist, dass es das Publikum wirklich fesselt. Daran lasse ich mich messen und dafür stehe ich mit meinem Namen und zwar nicht nur mit dem Namen der Hitchcock der Präsentation, sondern auch mit dem Namen Michael Mösslang. Ich freue mich auf Sie als Teilnehmer.